Schönen guten Abend, ihr Blutsauger, und herzlich willkommen zurück zu South Park. Wir sind eine Ebene weiter. Oh nein, don't tassle the hoff. Lässt du dir dein Gesicht richten, Cowboy? Schön für dich. Schnauze an. Juckt es hier drin, oder ist das nur mein Gesicht? Ach, schau mal an. Folgender Vorschlag. Ich folge dir auf Kunstagram, wenn du ein Selfie mit mir machst. Wie klingt das? Ja, ist doch voll super. Wuhu! Sharon. Jetzt folgt dir eine coole Mom auf Kunstagram. Ja, ist super cool. Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Zeitschriften mit. Mach das. Oh Gott, hier. Oh, kann ich das abnehmen? Tweak und Craig. Süße Sahne. So, da habe ich schon mal ein Bild gefunden. Mist, ich weiß gar nicht, ob ich schon hätte noch eins haben können. Bisschen doof. Man muss echt auf den Background achten. Das war ja wirklich Background of Doom. Einmal die Schule. Dann gehe ich natürlich erstmal zu Craig. Schnellreise-Freischaltung. Oh, hey, die ist jetzt deine erste Schnellreisestation. Such weitere. Die werden dir das Leben erleichtern. Geil. Äh, die Straße zum Raisins wird von Dumma Lava blockiert. Ich habe zu tun, Süßi. Geh spielen. Und wenn ich ein Selfie will. In Ordnung. Die werden dir aber echt überrascht sein. Wuhu! Mrs. Testburger. Okay. Kann ich zurück an die Arbeit? Mach nur. Äh, falsche Taste. Falsche Taste. Das zählt nicht als Bild. So. Mann, ich will jetzt immer lesen, was da oben steht. Da stehen immer so coole Sachen. Ach, das geht gerade um dieses Hut-Hast-Ding, ne? Alter, Wendys Mom hat echt ein schickes Büro. Oh, die hat drauf geantwortet. Wie lustig. Äh, da ist was. Können wir kaputt machen. Oh. Das ist schon wieder so ein blödes Rohr. Okay, das ist interessant. Hier müssen wir bestimmt auch nochmal später zurück. Oh, ist das nicht der Song von Wendy? Umgeschubst. Hehehe. Ah, D-Mobile. Willst du ein Vertrags-Upgrade? Nur zu verständlich. Ja, ja, klar. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Warum ist in dem Laden niemand? Oh, liebend gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Dann nicht. Ich will nicht für einen Tarif entscheiden. Nur kann nur... Ich habe neues Zubehör. Scheiße, ich werde mich vielleicht doch für einen entscheiden. Oh, Alter. Oh. Oh. Oh, 30. Was ist das Angebot? Der Boombox-Anzug. Ja, den wollen wir nicht. Ich liebe es, Leuten zwei Jahresverträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Der hat diese geilen... Ja, ja. Viele Gags bei... Oh, eine Hinterhofgasse. Noch ein Drogenflasch hin. Oh Gott, oh Gott. Wo sind wir hier? Ektoplasma. Bin ich links richtig rumgelaufen? Ja, ich laufe sogar nach... Sie machen sich strafbar. Entfernen Sie sich vom Powerweed. Sie sind ein Minderjähriger und klären sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Oh, Mann. Erinnerst du Daktari? Ich erinnere am coolsten völlig Clarence. Ja, erinnerst du? Erinnerst du Wonder Woman's unsichtbaren Jet? Oh, ja, ich erinnere... Scheiße. Ich erinnere. Was? Ich will die Frucht. Oh, erinnerst du? Ach, das ist... Ich erinnere. Fangen ist es. Oh, erinnerst du? Daktari. Ich erinnere. Okay, okay, okay. Das ist das Raisins. Moskito muss da drin sein. Klar sein, Raisins. Ich will nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken. Oh Gott, oh Gott, die sind alle verrückt. Tut mir leid, ich folge nur Psychikern. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Hier, Schnucki! Tut mir leid, ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Ich mache nur Selfies mit Assassinen. Da stehe ich total drauf. Hier, Schnucki! Eins von unseren Raisins Girls kommt gleich. Wer kommt denn? Mercedes? Ist doch nicht total süß. Er verdrückt jedenfalls eine Menge Wings. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow, ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Tja, schon mal was vom Sika-Virus gehört? Noch eine Lade Wings, Süßi? Klar, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig. Moskito. Verschwinde, das sind meine Frauen. Welcher Superhelden bist du? Super, warte. Oh mein Gott, die Mission! Meine Superhelden-Kollegen! Ich hab das komplett vergessen! Weg von mir, Verführerinnen! Moskito weiß genau, was ihr hier versucht! Äh, was soll das denn heißen? Die Raisins Girls sind Moskitos Kryptonit! Du musst mich hier rausholen! Okay, hier hast du die Rechnung. Haha, von wegen? Ihr wolltet mich verführen? Das zahle ich nicht! Du musst Trinkgeld geben, Wingskopf! Kampflos werden wir uns nicht gehen lassen! Dann mal los! Oh nein, wir verhauen die Raisins Girls! Oh, Plan ändern heißt, ich hab mehr Leute als, äh... Heißt es das? Ich hab doch grad eh noch vier. Welchen Plan sollte ich denn ändern? Außer, die lassen mir halt jetzt noch die Möglichkeit, Artefakte zu ändern und sowas. Ich glaub, darum geht's. Moskito muss jetzt gehen! Nie im Leben! Was haben wir dir gesagt, Mr. Moskito? Überall nur Luther! Nee, die da! Aber ich kann doch nicht gehen, ich hab gerade Limonade bestellt! Willkommen im Team! Dich müssen wir komplett umstylen! Holgeln Moskito mal ein bisschen Verstand ein! Nein, Moskito ist... Er ist so... Kribbelig! Oh, Mr. Moskito! Verdammt, ich prügele dir noch Vernunft ein! Guter Schlag, Schätzchen! Moskito ist bezaubert. Benutze den Untersuchungsmodus, um mehr darüber zu erfahren. Du bist echt stark! Moskito bezaubernde Steine erkennst du an dem Symbol unter seiner Gesundheitsleiste. Drücke, um den Teilmodus zu starten. Hier kannst du den Effekt von Bezauberten sehen und wie lange dieser noch anhält. Greif deinen Verbündeten an Halt und verstärkt deine Gegner. Ein Zug verbleibend. Ja, aber dann tanke ich ja... Ich klopp ja dann lieber doch gegen die. Weil er ist ja eh nur eine Runde verzaubert. Laser Online! Da können wir locker mal eben eine von denen wegbrunzeln. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Kein Fall! Oh, scharfe Knallen! Kennst du unsere Double Whammy Wings? Bestellt ihr Süßen! Craig macht richtig Damage. Letzte Runde danach gehörst du wieder zu uns. Craig, du Pfeife! Warum geht das nicht? Weil da kein Platz ist? Shit! Moment, Moment! Ich kann keinen angreifen. Ach, weil Craig wieder zu uns gehört! Dann kann ich sie aber rammeln. Craig ist ja wieder da. Danke, Humankind. Jetzt kommen zwei Hoodless Girls. Oh, die macht immer Schaden. Was? Was? Was darf denn sein? Ja, hier auch einen fiesen Tackle. Oh, bin ich dran? Unser Ultimate ist zwar ready... Aber ich komme nicht durch. Mist. Wir stehen scheiße, Jungs. Nun kann ich hier nur den Mittelfinger zeigen. Okay, nein, verführen wieder. Oh, komm! Moskino! Wirklich, Jungs, die Wings sind echt gut. Du bist ein Idiot. Er seid nur neidisch, hab unser junges Glück. Sie ist nicht so fit aus, Neuer. Ich kann zwar jetzt eine verprügeln. Ich verprügel die. Du bist sowas von verprügelt. Das war schon hart, ey. Ich muss dich heilen. Nimm das! Lass dich tragen! Ich zeige euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Hashtag Arschgeil! Moskino zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Mega-Faust-Pachirou. Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Oh! Ich sag mal, auf für dich, Alter! Ansteck auf sein! Er kann mich nicht angreifen. Er kann mich angreifen. Sieh kein Fett! Lass mein Schatz in Ruhe! Du kannst ausgereiht ein Team mit dir in Hilfe von Gegenständen wiederbeleben. Wenn alle deine Helden kämpfen und fähig sind, verlierst du den Kampf. Drücke 4, um den Gegenstand aufzugreifen. Ich bin drin! Was? Ich verwendete das Gegengift. Kuhn-Kuhn, Gegengift. Und nun flieg, flieg! Oh, kannst du ja gar nicht! Mit 20 Leben? Holy shit! Steff uns nicht weg, naja! Du bist jetzt wieder einer von uns, ne? Ich vermöbel dich wie meine Mama, meine Daddy, Schnucki! Ich vermöbel dich jetzt für meine Mama, meinen Daddy, alles klar! Es gibt einen Appekut! Kein Problem, Craig! Ich hab mir ein bisschen Blut! Oh, 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 oh! War das wirklich nötig, Mosquito? Oh, es war nötig und köstlich! Laser Beam! Ich wollte eine Limo, aber jetzt ist es wohl zu spät! Was, wer greift denn nochmal an? Na, ich dachte schon, der greift nochmal an, das wäre voll mies gewesen. Der Vitalitäts-Keld. Und ein bisschen Geld haben wir den abgezogen. Wir haben ja gerade was gegessen. Los, das ist unsere Chance! Diese Mädchen sind mein Kryptonit! Du hast mich gerade noch gerettet! Ich stehe tief in deiner Schuld, Arsch! Held! Was ist dein Kryptonit? Da brauche ich deine Hilfe für. Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist. Irgendwelche Phobien, emotionale Traumata. Komm, es muss doch was geben! Ist schon okay, ich bin in deinem Team, Arsch, Kind. Mir könntest du's sagen! Zeig mir mal dein Charakterprofil! Sechsklässler, Rising Girls, Chaos-Kinder, alte Leute, Ninja, Vampire, Krebsmenschen. Wir nehmen Vampire. Das ist eine wichtige Teilung über dein Leben lang Leben. Finde ich eher nervig als schrecklich, aber ist eine Sache. Super, erledigt! Sein Kryptonit ist offiziell notiert. Moskide macht eine Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Cool, Freund. Moskide ist im Stil so. So, okay, was haben wir noch für Quests? Ich könnte Wiederbelebungs-Tränken... Oh, nein. Wo war Crafting? Da. Hab keine Flaschen mehr. Ja, und da haben wir auch wieder ein blödes Atefakt. Das hier macht aber... Ultimative Erholung... Also, schneller Ulti einfach wieder. Da ist der Fidget Spinning einfach Mist, ja? Wo sind die blöden Fächer? Da kommen wir nicht weiter. Oh! Die eine hier, sie bietet mir ein neues Outfit an. Hey, Schwanzgesicht! Du und deine supervolle Moskide sollten besser vorsichtig sein. Oh Gott, sie droht uns. Oh Gott, sie droht uns. Ich werde bedroht. Hier schnell vorbei. Ja, 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 ja. Ich bin schon weg. Oh, hier ein bisschen was abräumen. Und die Klo-Challenge. Let's go. Oh, das war schon schlecht. Das war nur okay. Okay, faul. Boah, das ist... Das ist echt blöd. Also... Ich glaube, das ist einfach leichter mit Control. Aber es ist ja auch nur ein Spaß, ne? Es ist ein Gag. Oh nein, jetzt glaube ich, hinter der Baustelle lang. Willst du den Selfie machen? Da hinten liegt eine Lootbox. Ah, jetzt komme ich nochmal hinter die Baustelle. Kleinen Moment. Böse Meats. Man sollte es ja auch versuchen. Warum nicht, ne? Warum nicht? Handtaschendiebe. Wie lustig. Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh, ja. Ich erinnere. Downtown lieb ich. Oh, ja. Das Seniorencenter. Sag's mir einfach nicht, wenn du rammelnde Rentner erwischst. Spann den Papierkrieg. Die klauen mir hier mein Spielautomaten, Kleingeld. Brake, first sitting in the sunroom, look out the window, lunch, move around, dinner, remember me, lights out. Kann ich ein Selfie machen? 10 Minuten bis zur nächsten Pille. Ein Foto? Selfie time. Clarence. Die Schwester hilft mir dann, dich auf CompuSafe zu finden. Wie bitte? Hast du was gesagt? Mein Enkelkind besucht mich nie. Also machen wir jetzt ein Foto. Hier, ich kriege ein paar gute Follower gerade ab. Das ist Jenkinsaumstüssel. Danke, Kindchen. Und das finde ich dann in diesem Internet? Ja. Oh, schade. Ich wollte euch was spielen, habt aber Glück gehabt. Komm ich hier hinten auch rum? Ne, ist nur ein Fenster. Äh. Ja. Sterne gucken. Da hab ich noch ein fieses Bild gefunden. Oh, warte, kann ich... Schade. Aber, auch in diesem Haus haben wir ein Bild wieder gefunden. Das hat sich also in der Hinsicht dann schon mal gelohnt. Und, äh, ja. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's natürlich weiter. Ich hoffe, ihr seid dann immer noch zahlreich mit dabei. Würde mich natürlich sehr freuen. Und, ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Thauspark. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.